Es kommt die Zeit im Leben eines jeden, in der man eine Entscheidung zu treffen hat. Will man normal sein? Will man einer von denen sein, die keiner bemerkt, die keiner sieht, an die sich keiner erinnert? Oder will man ein Held sein? Will man ein Angreif? Halt! Bereits geboren. Sei auch du ein Held. Komm zur Feuerwehr Klaus. Aktiv für Ihre Sicherheit.